Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2 und mit dabei ist immer noch, wie gewohnt, der Black Knight. Hi Leute. Und heute mit den Rebellen auf Tatooine. Oh, let's go. Wir haben die Garrison auf Tatooine dazu gebracht, uns anzugreifen. Ihre Vorhund wird der Kurze hier sein. Wie die Rebellenallianz. Halt den Feind zurück. Jetzt so gesehen sind wir eigentlich wieder die Separatisten 2.0, weil wir jetzt wieder gegen die Klone kämpfen. Ja. Wann Klone, was ist das? Was ist das aus euch geworden? Anscheinend das. Da sind die Stormsiefer. Boah Junge. Sind schon ein paar, ne? Sind schon ein paar. Sind eigentlich schon stark. Ja. Junge, Headshot. Deckeballer. Da. Nicht. Jetzt schon auch noch. Nein, shit. Oh, 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 okay. Oh, wir müssen diesmal verteidigen. Okay. Könnte interessant werden. Mal den hier, den Spezialist. Gehst du auf Verteidigung? Ne, wir müssen ja. Siehst du ja oben. Wir müssen so gesehen, das ist ja alles blau. Wir müssen ja nicht erobern, sondern wir müssen das verteidigen, die Punkte. Ja, Brüter. Ja. Das ist ein bisschen anders. Ein bisschen. Aber ich hoffe, liegen will. Ja, ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Vader zum Imperium gehört. Noch was ganz Neues. Ja. Sag ja. Ich habe Anakin nie getraut. Ne, Anakin ist besonders. So, schicke, shit. Komm. Komm. Löff die Bombe da ab. Mach doch. Witze. Ja. Jo, wie viele. Alter. Nein. Shit. Okay. Das war wild, aber gut. Jetzt müssen wir uns weiter zurückziehen. Oh, Mann. Verbündete Truppentreffen ein. Ein Top-Agent ist dabei. Komm. Alles okay. Geht's dir gut? Wie die Rebellion. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Imperium diese Kommandoposten erobert. E zu B. Verteidigt sie mit allen Mitteln. Komm auch zu B. Ich denke, es wird sich nachher so oder so ergeben, wo gerade die größte Not besteht. Ja. Weil B ist halt ein bisschen ekliger aufgebaut, wenn man halt hier von zwei Seiten angegriffen werden kann. Weil man halt auch ein bisschen offener gelegen ist als A. Okay, schauen wir mal, ne? Oh, da sind halt noch mehr Stormtrooper. Oh, da ist nach Vader. Nein. Komm. Nee. Komm. Ich bin meine Minigun. Nein, da ist Vader. Scheiße, er hat mich besiegt. Nein. Ah, wir sind auch gestorben. Man, Vader. Mag ich nicht. Geht. Du steckst. Anakin, du ekliger. Habe ich ein schweres geschützt? Eigentlich sogar meine Favorite-Waffe ist. Okay, A ist gerade am... Jo, was geht hier denn ab? Alter. Ich wurde richtig zerfetzt. Bei A. Junge. Was geht ab? Ich bin in Sekunden gestorben. Scheiße. Müdig. Und da ist wieder Vader. Der Eklige. Oh, Mann. Ich regle das. Und zentriert euch auf eurem Aufruf. Och, Mann, Vader. Ich mag dich doch nirg. Nein, die haben A eingenommen. Der Dam. Mann. Jo, nur wegen Vader. Komm. Warte mal, ich nehme wieder den hier. Was soll denn das? Ich weiß nicht. Ehrenlos. Komm. Ja, sieben Minuten durchhalten. Gut, ne? Wird ein bisschen schwer. Aber wir haben nur noch... Äh... Wir haben nur noch zwei Punkte, ne? Ah, ich weiß nicht. Also zwei Kommandoposten. Komm. Das Vader. Der wieder da. Ich habe ihn fast. Ach, du hast ihn fast? Ja. Ja, endlich. Hast du ihn besiegt? Habe ihn. Da geht's richtig. Ich nehme jetzt einfach mal Luke. Komm. Nach sieben Jahren. Luke, rette die Galaxis, wie du es schon einmal getan hast. Und diesmal für uns beide. Ich nehme mal. Nehmen wir. Dein Vater. Ja, aber dein Vater ist... Nee. Ehrenloser. Dein Vater... Und ich mag dein Vater nicht. Dein Vater stinkt auf. Alles stinkt. Die gesamte Skywalker-Familie. Ich habe zu viel Zeit. Ja, 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 ja. Ja, schön für dich. Ich bin jetzt Yoda. Warum bist du nicht früher aufgetaucht? Er sagt mir, ich habe zu viel Zeit verloren. Das ist wer, Yoda? Ich bin Yoda. Ich gebe nicht auf. Ich Yoda sein. Yoda sein darf. Ich die Galaxis retten müssen. Luke ist eigentlich gerade gut dabei. Das schlägt sich nicht schlecht. Gut. Hat mich halt auch 4000 Punkte gekostet, ne? Ja. Sternen viele gute Leute, während wir kämpfen. So, was nehmen wir? Schwer. Komm. Schwer ist eigentlich der Fett. Ja, komm, zerfetzen. Jawohl. Nice. Okay. Oh. Ja, ich bin tot. Mann. Luke, du Lapp. Und, Yoda? Ich kann es nicht. Yoda ist schon gestorben. Ah, hier ist wieder ein neuer, Yoda. Aha. Wild, ne? Tun her, Junge. Raus mit die Viecher hier. Hätte ich erwünscht. Raus aus dem Haus. Raus aus Täti. Ach du Kacke, Alter. Ich habe gerade meine Granate schlecht geworfen. Nein, shit. Das ist der letzte Kommandoposten. Nein, oder? Das machen wir hier eigentlich. Ey, Luke Skywalker in Blau? Hä? Ach, kann man die Outfits auswählen, oder wie? Ich glaube schon, dass es Känzler so geht. Nice. Jo, aber schlägt sich nicht schlecht. Jo, Geschütz bitte hinstellen. Ja, Huber Fett ist hier. Ich weiß, aber... Mann. Ich kenne es nicht. Täti. Oh, Mann. Ja, das wird nicht gerade einfach jetzt. Noch acht Minuten. Mies. Ja, alles klar. Mach halt noch offener, ne? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder meinen soll. Ja, da geht es jetzt ab. Schnell, Feuer! Das kann losgehen! Das kann ich jetzt ordentlich durchfetzen. Los. Oh, da kommen sie! Nein, ich will nicht gehen. Jo, wie viele kommen da? Ich werde mal in die Grenade. Alles klar, übertreibt halt. Viel, viel, viel. Ja, perfekt. Jungen, was geht hier ab? Alles klar. Boah, das ist echt mies gerade, ne? Das ist schlimm. Jungen, was geht bei dir ab? Nein, ich bin gerade eben gespawnt. Nice. Feier ich. Ich habe keine Mietgegen mehr. Fühl dich sehr auf jeden Fall. Ja. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Stark, Leute. Komm, mach sie weg, Alter. Warum sind die so stark? Weiß es doch nicht, Mann. Boah. Mach sie weg. Ey, das ist doch nicht euer... Das kann nicht sein. Ey, komm, jetzt Luke. Maximale Anzahl im Spiel. Alles klar. So, Yoda. Warum spawn ich hier? Was soll das? Yoda. Wer sucht Yoda? Ja, ich such dich, Junge. Weiter. Weiter. Das sehe ich daft. Ja, ich sehe es. Überlebe ich das auch. Was geht nicht hier ab? Los, Yoda. Alles klar. Überall sind irgendwelche Gegner. Junge und ich bin tot. Ey, Mann. Schlimm, ne? Mehr als schlimm. Ey, was soll denn das? Mann. Ja, genau. Oh, perfekt. Ja. Ja, stark. Ach, Mann. Kann ich die Toll schon. Zurückziehen. Ja, somit haben wir leider erneut versagt. Ach, Mann. Warum bin ich wieder Zweiter und du Dritter? Warum bin ich... Alles klar. Er hat 100 Punkte mehr als ich. Es ist noch wirklich nicht zu fassen. Das ist lächerlich. Ja. Und ja, würde ich sagen, war es das wieder mit einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen bei einer weiteren Folge oder bei einem weiteren Video wieder ein. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und tschau. Schaut. Untertitelung des ZDF, 2020